Wir starten in unseren Abend im Questlog und zwar konnten wir uns einmal angucken, wie sieht es denn eigentlich im Moment aus. Also wir haben immer noch unsere Hauptquest, das ist unser absolutes Ziel, was wir noch machen wollen. Wir haben hier noch so ein paar Nebenquests, die wir noch offen hatten, die wir eigentlich gerne mal abgeschlossen haben wollen. Ob wir noch mal dazu kommen bis zum Ende des Spiels, weiß ich nicht. Also diese Aufgabe werde ich wahrscheinlich definitiv nicht machen. Der Schatz und Maskerade, das sind noch so zwei Sachen, die ich glaube ich noch gerne mal, eigentlich noch gerne gemacht hätte. Wobei Maskerade ist so mit Command-Lager und sowas, naja. Das ist bestimmt an sich eine witzige Quest. Ach man, ob wir die noch machen werden, ich weiß es nicht. Mal gucken. Ansonsten Untertage, da habe ich auch noch keine Meinung zu. Mit dem Minen-Untersuchen interessant sicherlich, weil wir dann eben halt nochmal ein bisschen was über diese Erzverarbeitung, rausfinden können im Mittelalter, da wird sicherlich noch einiges erklärt werden. Das ist vielleicht nochmal eine ganz interessante Sache. Aber vielleicht kommen wir nochmal dazu, bevor wir dann wirklich ins absolute Finale einsteigen. So, was haben wir in der Hauptquest? Wir wollen uns natürlich immer noch an unseren Eltern rächen. Die Frage ist, eigentlich ist das ja nicht unser richtiger Vater, aber er hat uns irgendwie aufgezogen. Also irgendwie schon unsere Eltern, also Markwart von Aulitz finden. Und wir müssen den Herren helfen, Talenberg zurückzuerobern. Das ist irgendwie schon hier mit drin. Hilft den Herren Talenberg zurückzuerobern. Ist schon eine Hauptquest. Dann Belagerung. Das ist nämlich das Ganze, was wir jetzt machen müssen. Und schaut an, wie viele, verdammt viele Nebenquests das dann sind. Wir haben ein paar optionale Dinge da drin. Also die müssen wir nicht alle machen. Ob wir das Fleisch besorgen können, weiß ich noch nicht. Vielleicht gehen wir da nochmal jagen. Das hilft ja auch unserem Bogenskill. Ich denke mal, das können wir eigentlich auch machen. Müssen wir mal gucken. Und jetzt müssen wir erstmal für diesen Tribok dem Herrn, ich glaube, wie ist der Konrad, helfen. So, sorge dafür, dass Karrel das Geld für die Löhne ausgeht. Sorge dafür, dass Konrad den Bauplatz verlässt und sich nach Talenberg begibt. Und optional schniedert das Auftragsschreiben des Abtes vom Baumeister Karrel. Also wir haben noch ein paar Sachen. Und, ja, genau. Also, würde Baumeister Karrel die Lohngelder für seine Arbeiter ausgehen, dürfte er sich einfach gestalten. Ihn dazu zu überreden, Konrad Kaiser von seinen Pflicht zu entbinden. Doch, wie komme ich an das Geld? Karrel liebt das Würfelspiel. Oder soll ich es so versuchen? Oder soll ich ihn einfach berauben? Genau, wir können Karrel versuchen beim Würfeln zu besiegen. Das wäre tatsächlich eine super E-Sache. Wir werden das, glaube ich, tatsächlich so versuchen. Wir werden versuchen erstmal, bevor wir stehlen, einfach ihm ehrlich das Geld aus der Tasche zu sehen, indem wir ihn beim Würfelspiel besiegen. Und zwar mit einem richtig hohen Einsatz. Genau. Und dann gucken wir mal, ob uns das vielleicht was bringt. Machen wir das als erstes. So, wir sind jetzt im Kloster. Wir hatten als letztes mit wem auch immer gesprochen. Jetzt muss ich selbst mal schauen. Genau, hier können wir stehlen. Hier können wir, äh, auch, glaube ich, stehlen. Und Wo ist Karrel denn selbst? Ist der noch hier drin? Das ist doch, das ist Baumeister Karrel. Möchte der vielleicht mit uns würfeln? Glück und Gesundheit. Ich weiß gar nicht mehr. Äh, Konrad benötigt dein Erlaubnis. Ach so, genau. Das war das. Der ist ja dann abends, glaube ich, immer beim Würfeln in der Schenke. Und ich glaube, wenn wir ihn berauben wollen, müssten wir, müssten wir hier oben dann, können wir es aufschließen? Da ist nichts mehr drin. Müssten wir da irgendwas machen? Das wollen wir natürlich nicht. Ach, jetzt hat er sich umgesetzt. Spannend. Okay, das heißt, wir müssen das Ganze hier auf jeden Fall bis zur Nacht warten, bevor wir hier weiterkommen. Dann haben wir noch was anderes zu tun. Wir könnten hier bei dem Wirt mal fragen. Wir müssen hier ein paar Wirtshäuser abklappern. Ähm, haben wir das schon hier gemacht? Hier gibt es doch auch Wirtshäuser. Hier beim Kloster gibt es doch auch schon ein Wirtshaus. Da könnten wir doch auch mal nachfragen, ob die nicht hier uns helfen können. Dann gehen wir mal zum Kloster und fragen mal wegen dem Bier. Das ist ja nämlich auch so eine optionale Geschichte. Ob wir jemanden dazu bekommen, der uns Bier liefert. Ich glaube, Pebbles haben wir natürlich wieder hier abgestellt. Wie geht es uns eigentlich? Sattheit sieht, naja, einigermaßen okay aus. Lass uns mal, oh, nicht ins Feuer gehen, aber nochmal aus dem Topf essen. Sehr gut. Das ist doch auch neu hier, oder? Was ist das denn hier? Und seit wann stehst du hier? Das würde mich auch mal interessieren. Hat sich das Kloster denn schon weiterentwickelt? Haben wir denn schon weitergebaut? Nee, ne? Das wäre irgendwie auch cool, ne? Wenn sich das... Also das hätte ich ja schon mal gesagt. Das wäre irgendwie cool, wenn sich das Kloster mit der Zeit irgendwie aufbauen würde. Mehr und mehr. Also stehlen könnten wir dann irgendwie nur bei Nacht, wenn der Karre zum Würfelspiel ist. Wenn da nichts los ist. Aber ich würde nochmal versuchen, vielleicht hier beim hiesigen Wirt erstmal zuschauen. Ob wir hier nicht, äh, eventuell ein bisschen Bier holen können. Ich weiß gar nicht, der zählt jetzt offiziell hier nicht dazu, der Wirt. Aber wir fragen ihn trotzdem mal. Mal gucken, ob wir ihn da hingehen fragen können. Bin gleich damit zurück. Gott sei mit dir. Ähm, ne. Den können wir tatsächlich nicht fragen danach. Und die Schankmite wahrscheinlich dann auch nicht, oder? Oh, hier ist der Fresken-Sammler übrigens. Äh, wo ist denn die Schankmite? Die ist wahrscheinlich reingegangen, ne? Ja, die steht hier am Tisch. Fragen wir sie mal. Sie! Äh, ne. Okay, Schlafplatz und so weiter und so weiter. Okay, gut. Damit kommen wir nicht weiter. Dann, ähm... Ach so. So, eine Sache machen wir aber mal. Wir holen uns hier mal in der Taverne den Schlafplatz für immer. Hast du ein Bett für die Nacht? Natürlich. Mh. Für wie lange? Für ganz lange. Kann ich gleich für mehrere Nächte zahlen? Sicher. Aber zuerst das Geld. Wir leben in schlimmen Zeiten. So, wir bezahlen die 250 Groschen mal. Wir haben ja relativ viel. Hier, dein Geld. Und dann sollten wir, glaube ich... Das ist ganz für dich. Keiner wird dich stören. Sehr schön. Äh, wir wissen, glaube ich, wo mein Bett ist. Und dann haben wir jetzt hier ein neues Zuhause. Das ist nämlich auch ganz praktisch. Und ich glaube, das ist dann unser... unser Bett hier, ne? Das kennen wir schon. Ja, genau. Perfekt. Jetzt müsste die Truhe hier auch unsere Sammeltruhe sein, ne? Wunderbar. Jetzt können wir nämlich ein paar Sachen mal hier reinpacken, die wir wirklich gar nicht brauchen. Ähm. Ne, die Nahrungsgeschichten. Wir haben doch eigentlich schon viel aussortiert, ne? Warum haben wir denn den... Achso, den Gammesong haben wir den an. Okay, dann verschieben wir den mal ganz kurz noch. Und der Rest ist... Erstmal in Ordnung. So. Aber wir wollten mal unser Pferde-Inventar, glaube ich, auch nochmal ausräumen, ne? Aber das können wir auch so hier oben machen. Sonst rennen wir hier jedes Mal zurück. Lass uns mal kurz schauen. Wir haben nämlich noch ganz viel bei Pebbles drin, die wir, glaube ich, Indies dachen und die wir nicht verkaufen wollen. Aber die wir trotzdem irgendwie haben. Na gut, die Kosten... Ich würde... Den wollen wir verkaufen. Das lassen wir mal hier drin. Das Rüstungsset. Damit haben wir noch gar nichts gemacht. Genau, hier diese Bücher zum Beispiel. Die können mal ins Inventar. Und die können dann mal in unser... So, das Pferde-Inventar ist nämlich auch schon so gut wie voll. Wir müssen da tatsächlich irgendwann mal was verkaufen. Sollten wir auch mal machen. Ähm, ja, das machen wir auch. Es ist schon wieder so viel drin hier. Gut. Aber zumindest mal ein bisschen was umgepackt. Okay, da wir jetzt hier nicht viel groß was machen können, würde ich sagen, wie spät haben wir es? Ähm, es ist mittags. Okay, wir haben... Können wir in der Zeit noch was anderes machen? Ich will versuchen, die Zeit ein bisschen effektiv zu nutzen. Wir waren in Samupech und haben da nachgefragt. Ähm, da haben wir nichts erreicht. Ähm... Jetzt könnten wir natürlich gucken, hier gibt es ein paar theoretische, ein paar Quests, die wir machen könnten. Hier ist noch ein Wirtshaus, eine Schenkel in der Stadt. Die könnten wir natürlich noch anfragen. Ansonsten könnten wir zumindest mal tagsüber nach Ledetschko reiten. Dann hätten wir das schon mal abgeschlossen. Um da nochmal nachzufragen nach Bier. Gut, und den Neuhof, da haben wir ja tatsächlich auch noch was. Und da müssen wir dann aber auch weiter. Ah, sonst kommen wir nach Ledetschko wieder zurück. Das ist auch Quatsch. In Ratai gibt es eigentlich nichts, was auf uns wartet. Das ist der einzige Ort, an dem wir nicht zurück müssen. Witzigerweise. Ähm... Genau, die Küller fragen. Und hier müssen wir auch nochmal nach Bier fragen. Und den Priester vor allem auch fragen. Ähm... Und hier hätten wir noch Fleisch. Oh, wir können jagen gehen. Tom, lass uns mal jagen gehen. Wir haben doch hier bestimmt irgendwelche Wälder. Wo wir mal ein bisschen was auftreiben können an Wildtier. Kloster ist hier. Außerhalb des Klosters, vielleicht hier oben irgendwo. Hier ist noch eine Brücke. Vielleicht hier irgendwo mal im Wald. Hier hinten gibt es ja auch noch ganz viel, wo wir noch gar nicht waren. Ähm... Dann lass uns doch nochmal ein bisschen Fleisch jagen. Das Problem ist, wir kriegen es bloß nicht unter. Gut. Wir gehen erstmal ein paar Sachen verkaufen. Mit Fabels. Und... Achso. Dann packen wir erstmal die ganzen Sachen ins... In die Truhe. Alles, was wir jetzt nicht brauchen, nämlich die ganzen Bücher. Verschieben wir mal. So, das heißt, wir haben wieder Platz auf jeden Fall. Gibt es irgendwas, was super viel Platz wegnimmt? Wir haben so viel Dietrich hier. Die können wir doch auch mal verschieben, die zwei, oder? Brauchen so viel brauchen wir nicht. Den einen Verband auch. Schon wird es wieder ein bisschen weniger. So, was haben wir noch sonst? Das ist alles Quatsch. Ähm... Davon haben wir nicht mehr so wahnsinnig viel. Aber wir lassen die natürlich alle. Rüstung ist okay. Waffen ist auch okay. Gut. Gut, dann reiten wir mit Fabels jetzt einmal nochmal zum... Zum Verkaufen. Und... Dann, äh... Kümmern wir uns mal ein bisschen um das Jagdfleisch. Das ist ja auch nochmal eine optionale Sache. Dann können wir uns mal... Das müssen wir dann allerdings auch relativ schnell ins Lager bringen. Ja, vielleicht müssen wir das dann auch am Ende um das Lager rum machen. Aber gut, das ist jetzt irgendwie... Man darf jetzt auch nicht zu kurzfristig denken. Vielleicht irgendwie auch Quatsch, wenn wir das jetzt vorher holen. So, jetzt die Frage, wo verkaufen wir Sachen? Wir könnten beim Rüstungsschmied und beim Schneider Sachen verkaufen. Das heißt, da in diese Richtung. So, das ist der Rüstungsschmied. Da ist der Rüstungsschmied. Perfekt. gut dann einmal bitte alles angucken was wir hier noch verkaufen können wir können verkaufen das hier eisenhut das lassen wir das hier den dunklen wappenrock lassen wir auch mal der platz weg den nehmen wir weg die roten beinlinge das hier das hier das verzierte hemd die schlichte heißkette können wir verkaufen das müssen wir gleich mal schauen wir das da auch loswerden und dann ist ja auf jeden fall schon mal ein bisschen mehr platz hat diese den silberkelch den können wir mal ins inventar packen und die ganzen kräuter nehmen ja nichts weg die rüstungssets ich weiß noch ich habe schon überlegt was die zu verkaufen wir nutzen die gefühlt irgendwie gar nicht weiß ich jetzt gar nicht ob wir die naja ich lasse immer noch da man kann damit auf jeden fall skillen das ist richtig benutzt haben wir die vielleicht noch nicht aber vielleicht kommt es noch dazu dann sind wir froh dass wir sie haben abhängig vom geld sind wir nicht aber dann können wir zumindest mal ein paar sachen hier verkaufen so du bist die ladenwache du bist meister otto und meister ja auf jeden fall lasst uns auf jeden fall handeln ich möchte ein bisschen was verkaufen so in den warenkorb das ja das 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 und das auch schon wieder 582 geld gibt es noch was wir kaufen wollen würden was uns irgendwie noch was besser macht ich glaube nicht oder dass die helle meile in der brigantine theoretisch auch die werbe auch richtig teuer die meile in der brigantine als sich auch aber ansonsten ist nicht mehr viel schwere beckenhaube krasser anderer helm noch mal alles andere ist aber auch schon wieder schlechter gut dann verkaufen wir das einmal wir falschen noch mal ein bisschen lässt sich was am preis machen ist gut wir wollen ein bisschen mehr dafür haben 600 oder 610 dann ein wenigstens vielleicht bei 600 in Ordnung ach guck mal er gibt uns sogar 610 na wunderbar ruhe verbessert haben wir jetzt noch irgendwas im inventar was weg kann den silberkech den müssen wir noch bei einem händler verkaufen haben wir irgendwas was repariert werden muss war vielleicht auch nicht so schlecht noch mal zu gucken ja da ist einiges was repariert werden muss das hier auf jeden fall dass hier alles anders bei 90 das können wir noch lassen aber die beiden sachen ganz gerne mal und das machen wir zu das ist okay super dann bleiben wir hier und gucken mal dass wir den silberkech werden können wo war denn jetzt noch mal der normale händler der war glaube ich weiter vorne der war da ne gut mehr war es jetzt erstmal nicht das war es dann auch schon okay also nur noch der silberkech gut dann können wir noch mal auf pebble steigen wie sieht denn unsere schwert im moment aus das ist noch von der haltbarkeit okay habe ich jetzt übrigens daran gewöhnt mit stachel zu kämpfen klappte ja das letzte mal schon ganz gut als wir warnek eingenommen haben mal gucken ob wir das so weiter betreiben können so händler wo bist du du bist da bestimmt ja guck mal hier waren wir glaube ich noch gar nicht oder waren wir schon mal gott segne dich was kann ich für dich ach ja lass uns handeln ich möchte was verkaufen und zwar möchte ich diesen silberkech verkaufen das andere nicht alles andere lassen war und den können wir auch so verkaufen gibt es noch was wir kaufen wollen würden hier die speisen des herkules 2 ein fertigkeit bestärkert kann erst nach erreichen wir hatten das schon gelesen okay das ist aber auch recht nichts was uns bringt schmiede setz nee nahrung gibt es natürlich eine frage es kommt noch mal retter schnapp wir haben noch zweimal steppjacken und hier feilen und so was brauchen wir auch nicht nico dann einmal abschließen da brauchen wir auch nicht groß feilschen darum das passt soweit okay gut bei dem wird können wir auch noch mal nachfragen hier der hier oben ist ob der vielleicht ob wir dem ob wir den fragen können will der uns vielleicht hier ne das ist der spieler wo ist denn hier der wird da ist der wird will der uns vielleicht bier geben zu deinen diensten Herr Ritter ne den können wir auch nicht fragen witzigerweise also es gibt ein paar wirte die man nicht fragen kann so den können wir ne würfeln können wir auch nicht gut dann würde ich sagen ab in die nacht wir ruhen uns mal ein bisschen aus wir könnten uns theoretisch auch sogar uns wir haben Energie 78 da können wir uns sogar direkt ausruhen indem wir uns in unser Hotelzimmer legen ja Hotelzimmer in unser Tavernenzimmer und ja können dann versuchen abends mal gegen diesen Karel der gibt sich ja dann immer in die Taverne ob wir nicht am Ende gegen ihn im Würfelspiel gewinnen dass wir ihm so ein bisschen Geld aus der Tasche ziehen ansonsten müssen wir wirklich das mit diesem Abbrief machen und stehlen wie gesagt würde ich jetzt erstmal drauf verzichten cooler wäre irgendwie im Würfelspiel ihn zu besiegen das finde ich irgendwie eine ganz elegante Lösung gucken wir ob wir das hinkriegen wir schlafen jetzt auf jeden Fall mal bis abends so ich weiß gar nicht wie lange ähm wann der anfängt zu spielen aber wir können ja mal bis 20 Uhr dann sind wir auf voller Energie hier und dann gucken wir mal wo der ist und ob wir da was machen können ich bin wirklich gespannt wie das Ganze ausgeht mit dem ganzen Triebock bauen und äh dann später auch mit dem mit der Bresche und so weiter bin gespannt ob der Plan denn dann funktioniert den die sich da ausgedacht haben wir werden das dann ja sehen so jetzt ist es noch relativ am Tag aber es wird langsam dunkel das ist schon mal gut das ist schon mal sehr gut jetzt müssen wir mal gucken ist der Karel denn hier ist ja das zufällig Baumeister Karel ja cool okay jetzt würfeln wir wir würfeln ganz viel Geld wie ich höre würfelst du gerne immer lass uns spielen okay wir versuchen das aus dem wir nehmen natürlich den den Glücksträhnenwürfel den wählen wir natürlich aus und bestätigen das Ganze sehr mutig mich herauszufordern ich gewinne immer ja du gewinnst nicht immer wir gewinnen heute so ich hab ähm drei Fünfen mein Freund das sind schon mal 500 Punkte 600 Punkte ich würd sagen oh ich hätte nein die Fortpann passen ich Idiot ich hab das falsch gedrückt okay so geht's natürlich nicht was hat er denn da für Würfel jetzt du das sind ja immer spannende Würfel okay jetzt machen wir das nochmal neu so und dann bitte den und punkten und passen danke ach so die 5 können wir auch nochmal dazu nehmen bitte ach Mist das wären ja schon 1000 Punkte oder so gewesen das war natürlich richtig doof 比較 ja das war allerdings ja das ist Floyd es warENTE klar ich bin das war da oner ich bin und den den das war ich bin 만약 geschenkt krаться her İstanbul hoch steht ich hab ich kann erstmal und wir haben einen vierer pasch ein vierer pasch um gott und wir machen machen weiter oder punkten und fortfahren wir können dann wieder alle würfel würfeln ja perfekt oder freundin vier ein alt 2000 punkte er kommt vergiss es punkten und passen mir geht's ganz gut was heißt geht genau an was los das war's wir brauchen noch 900 punkte gleich dann haben wir es geschafft vorbei 1 2 3 4 5 ist doch nicht gut das ist eine straße ne 3 4 5 600 punkten fortfahren so jetzt haben wir eine 1 3 4 5 6 ist aber keine straße ok dann machen wir das so und dann passen wir glaube ich wir haben genug zeit wir brauchen nur noch 150 punkte die holt er niemals aber er zieht weiter durch das könnte gefährlich werden naja er muss jetzt ist aber auch bis zu der zug zahlen jetzt ok die 1 und jetzt passt er ja okay passt gut 150 punkte eine 1 2 1 punkten passen haben wir gewonnen sehr schön so das heißt wir haben jetzt versuche konrad freizukaufen nun gehören sie mir aber du könntest dein geld zurückbekommen da fällt mir ein ohne das geld kannst du konrads lohn nicht bezahlen oder was für ein jammer aber ich gebe dir dein geld gerne zurück wenn du konrad einen kurzen urlaub in thallenberg gewährst das hast du doch von anfang an im schilde geführt ja natürlich haben wir das im schilde geführt ich gebe euch eine woche sehr schön redekunststufe charismastufe und neue stufe erreicht und wir haben auch einen neuen spezialisierungspunkt verfügbar das lief ja wunderbar dann lass uns doch gleich mal gucken was wir hier schöne sachen haben redekunstwerte ähm letztes angebot wir gucken uns mal an was man da machen kann wenn du einen händen achso er ist eine letzte chance silberzunge redekunst beim falschen verlässlicher hehler ah ok deine rücken und drei punkte erhöht wenn du dich mit gemeinem unterhältst die spezialisierung ach ist damit alles achso das ist gesperrt ok ja so viel ist ja gar nicht mehr dann ähm das eher mit dem hehler mit der gestohlenen wahre ist vielleicht sinnvoller dann machen wir das genau perfekt so was haben wir noch alles redekunst ist wieder höher heimlichkeit ist glaube ich auch irgendwie hochgegangen ist allerdings bei fertigkeit heimlichkeit 6 oh sehr schön cool wir haben konrad freigekauft ähm dann können wir den ist der jetzt automatisch schon da oder ach ne sag konrad dass er gehen kann ok dann gehen wir jetzt nochmal kurz zu konrad sehr schön achso ähm wollen die jetzt wieder eine fackel sehen bei uns wir haben gar keine dabei ne ja das glaube ich warte mal ist die nicht bei pebbles im inventar ja gut besser ist das nicht dass uns am ende wieder jemand an anzeigt weil wir hier ohne fackel reiten gut und ich glaube der gute äh karre ist hier irgendwo ah sehr schön dass das mit den würfeln geklappt hat war super ist der da hinten ah ja genau konrad ist da in dem haus sehr schön wir wollen zu konrad dacke so ist kon ist konrad hier nee aufschließen konrad ist oben hoffentlich schläft konrad etwa schreibe des kustos ach der kustos schläft hier ne nee warte mal da müssen wir der ist bestimmt in dem raum wo wir aufschließen können können wir da irgendwie klopfen oder sowas haben wir da einen schlüssel für dass wir einfach aufschließen können ah wir können so hier rein konrad sehr schön sie sind hinter mir her heilige maria ich wusste es würde so kommen was was wer karel sagte du könntest gehen und gehen ich kann nicht mal einen fuß vor die tür setzen oh nein bitte beruhige dich und sag mir was hier vor sich geht wer denn warum glaubst du jemand wäre hinter dir her als ich unterwegs nach sarsau war sah ich baron pekka in kosteletz er war bei sigismunds kreuzzug dabei ebenso wie ich danach wurde er wohl hier in der schenke gesehen und ein fremder kroch des nachts in den gärten umher mein gott es gibt anzeichen dass jemand die tür aufbrechen wollte sie sind hinter mir her heinrich möge gott mich schützen sie wollen mich töten oh super wer ist hinter dir her sigismunds leute natürlich aus welchem grund denn weil er mir meine kritik wegen nikopolis nie verziehen hat und jetzt will er es mir heimzahlen was soll ich nur tun ich kümmere mich darum natürlich immer mit der ruhe wenn jemand hinter dir her ist höre ich mich in der stadt um oder lauere ihm auf aber was wenn er sich an dir vorbeischleicht wird er nicht ich verstecke mich in den gärten und wenn jemand in der nacht umherschleicht erwische ich ihn das wirst du nicht wahr gut gut aber verstecke dich gut wenn er dich sieht wird er nicht kommen haltung mit der nacht ausschauen nach dem meuchler na super ach toll tolle quest ähm lass uns mal schauen wie wir das jetzt genau machen sollen ähm bringen mir über peicher eine erfahrung achso wir können aber natürlich noch mal ein bisschen mehr über ihn in erfahrung bringen können wir irgendjemand anfragen deswegen hier mit dem wächter reden komm du bist doch wächter peicher kannst du mir etwas über einen meister peicher sagen das sagt mir was ist er ein händler oder sowas nein nein das war einer der so ähnlich hieß findest du es hier nicht öde es ist die hölle vor allem für uns wachen ich wünschte wir könnten zurück nach bettlern mh lebe wohl okay wir schließen jetzt erstmal die tür mitternacht okay wie spät ist es denn jetzt es ist jetzt bald 23 uhr mal mit obern reden hier ähm peicher kannst du mir etwas über einen meister peicher sagen der adelige der kürzlich hier auftauchte er soll sich im gasthaus einquartiert haben ja okay also mal schnell ins gasthaus noch einmal ein bisschen zeit super was wir jetzt natürlich abends um sind schauen wir jetzt noch bis mitternacht ich denke oder halt falsch wir laufen ja eigentlich überall wachen rum ne na komm her dann guck mal dass wir das irgendwie vorher klären bitte nicht diesem typen jetzt meucheln dann hätten wir echt ein problem lassen sie mich durch ich hab's eilig natürlich logisch dass wir jetzt gerade hätten wir das würfelspiel ja viel früher hätten wir gar nicht anfangen können mit dem würfelspiel das ist schon so getimed vom spiel komm halt an farbis äh orientierung danke ich bin in eile so wer ist hier meister peicher bürger 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 dorfbewohner bürger ich sehe hier keinen meister peicher der soll sich irgendwie eingefordiert haben ach so vielleicht weiß jemand was der wird zum beispiel gut schütze dich peicher gastiert hier zufällig ein gewisser meister peicher sicher doch was hast du mit dem zu schaffen äh weshalb ist er hier weshalb ist er hier warum so neugierig mein meister gedenkt handel mit ihm zu treiben deshalb möchte ich herausfinden ob er vertrauenswürdig ist sehr guter henrich er zahlt und ist sicher kein geizhals es heißt er handle mit stoffen wie sieht er denn aus ah der ist nicht zu übersehen wenn ich seine kleider verkaufen würde könnte ich ein halbes jahr davon leben ok was ist er für einer den leuten ist er gediegen genug und mir hab ihn meinen halben gewinn zu verdanken oh wow ab dank gut wir wissen jetzt wie der aussieht der soll wohl auch edle kleidung an haben ist der das hier mit der ältere der ist so nicht hier ne aber wenn der sich hier einquartiert hat im gasthaus ist der dann hier oben irgendwo was sagt die uhrzeit kann ich grad nicht gucken toll warum kann ich grad nicht die uhrzeit angucken ok lass uns mal in ruhe gucken also der soll ja hier irgendwo sein bring mir ja über pager eine Erfahrung achso der könnte ja natürlich drin sitzen aber im gasthof aber der ist hier gar nicht da wir reden nochmal mit der Schrankmeid gute gesundheit pager kannst du mir etwas über einen meister pager sagen sicher hab mit ihm paar mal in der Schenkel gewürfelt anständiger kerl ok möge Gott mit dir sein der würfelt aber wir haben ihn jetzt noch nicht gesehen ne und das wird ja wohl nicht der freskenmaler hier sein also Gott sei mit dir der wird's ja wohl nicht sein ne kannst du mir etwas über einen meister pager sagen sicher hab mit ihm im gasthaus gewürfelt anständiger kerl mach's gut aber der sitzt ja jetzt hier nicht beim würfeln oder hier zu deinen diensten herrlter ne ok lebe wohl gut aber ich verstehe jetzt nicht warum wir jetzt nicht hier ah ok jetzt ist es 23 Uhr wir sollten uns eh bald auf die lauer legen wegen dem Meuchlertypen ähm wir finden den jetzt hier nicht oder also der sagt ja da hinten irgendwie ist der hinter dem Haus? nein wir haben den Wirt ja schon gesprochen der wird über sich hier nicht in dem Haus stehen das ist ja auch völliger Quatsch manchmal sind die Questmarkierungen ein bisschen irreführend aber mit dem haben wir doch schon gesprochen mit dem Wirt mit dem haben wir doch alles schon rausgefunden oder? gastiert hier zufällig ein gewisser Meister Pekar? sicher doch was hast du mit dem zu schaffen? ja das haben wir doch alles schon rausgefunden dann äh können wir höchstens nochmal ihn hier fragen den einen Spieler hier der hier sitzt Glück und Gesundheit aber der kannst du mir etwas über einen Meister Pekar sagen? sicher ja ich hab mit ihm im Gasthaus gewürfelt ein beständiger Kern also das ist auch Quatsch und das wird er hier nicht sein gut dann äh gucken wir mal dass wir schnell da dem auflauern dem Meuchler da sollen wir ja nicht zu spät kommen ne? na wir verstecken uns mal vor der Tür oder wir verstecken uns gleich auch im Haus ich weiß gar nicht was besser ist ähm ja soll soll ja nicht ersicht also wir sollen nicht ersichtlich sein also die Frage wo wir uns hier gut verstecken können dass wir eine gute Sicht auf die Tür haben irgendwie hier im Garten vielleicht so die die Wache ist da vielleicht hier irgendwo in dem so dass wir vielleicht noch eine Sicht haben so vielleicht so keine Ahnung ob das jetzt was ist vielleicht ist das auch völliger Quatsch äh wir spulen mal eine Stunde vor ähm und dann gucken wir mal ich bin gespannt in truth ich bin hier